Hier sollte um 13 Uhr eine Demo stattfinden, die von der Polizei nicht genehmigt wurde. Polizisten sind schon genug, mehr wie genug hier. Auch der Baby-Elefant ist bereits eingetroffen. Und deine Botschaft an die Bundesregierung, Ablaufdatum. Ich hoffe es. Aber die Polizei glaubt noch immer, dass der Nehammer gewinnt. Naja, ich glaube es ist das Hauptcharakteristikum der Unwissenden.